Sie sind hier, 17. September 2018, 12.17 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, von T. Davies, M. beendet seine NFL-Karriere in der Halbzeit des Spiels gegen die L.A. Chargers, die kuriosen Rücktritte, Urheberrecht, Sport1-Grafik, Mark Terl, Getty Images, München, NFL-Profi von T. Davies hört in der Halbzeit auf. Andere Sportler treten wegen anderer Interessen ab und werden Pfarrer oder Revolutionär. Sport1 zeigt die Top 10. Es war der Aufreger des Zwei. NFL-Spieltagespilz Linnebaka von T. Davies beendete in der Halbzeit des Spiels gegen die L.A. Chargers kurzerhand seine Karriere. Er fühle sich physisch nicht mehr in der Lage, weiterzumachen. Die Kollegen waren entsprechend sauer. Er hat uns im Stich gelassen, so etwas habe ich noch erlebt. Das ist respektlos, schäumte Linnebaka Lorenzo Alexander. So etwas hatte die NFL seit 1999 nicht mehr gesehen, als Mega-Star Barry Sanders mit nur 31 Jahren und wenige Jahrzehnte hinter dem All-Time-Rekord für Laufjahrt sein Karriere-Ende erklärte. Seine Erklärung, bei den Detroit Lions wäre verlieren die Normen, das könne er nicht akzeptieren. Anzeige, die NFL bei DAZN Jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Es gab im US-Sport aber noch deutlich kuriosere Rücktritte. Sport1 zeigt die Top 10 mit Michael Jordan oder sogar Fidel Castro. Anzeige, jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern. Hier geht es zum Shop. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus ein Bär. Mia Mia